So, nächste Runde. Dann suche ich mir mal aus. Wir kommen irgendwie von oben. CD. Ich hoffe, alle waren unten. Du hast noch Robberbending? So. So, schauen wir mal. Basti, weißt du was? Nasnya Polinya. Noch höre ich dich nicht. Drop in 3, 2, 1, go! Okay. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, ich weiß, da bist du. Okay. Nasnya Polinya, bitte. Nasnya Polinya. Du nervst nicht, Nintian. Keiner nervt hier. Mir fällt gerade auf, das ist sogar die Digital Edition von Bayonetta, die ich gekauft habe. Die Digital Deluxe Edition von Bayonetta beläuft sich erst darauf, dass du ein Digital Deluxe Artbook und ein Digital Deluxe Soundtrack kriegst. Okay, schauen wir mal. Astrid, schönen guten Abend. Hallo, Astrid. So. Um uns sind ein Team, zwei Team. Zwei Teams. Das ist doch wohl realistisch. Ich versuche... ...die betrunkener Bugler ist, desto mehr will der in die offensiven Dinge gehen. So, Baby. Oh, es landet direkt ein Zweierteam bei mir. Wow. Die landen hier alle bei mir. Ja, Tja. Hier ist es echt auf die Fresse direkt. Die verfolgen mich auch direkt zu zweit. Sucht mal den Millie. Komm zu dir hin, Basti. Ja, ich habe hier einen. Ich gehe direkt in den offensiven Handpfad. Komm zu dir. Hoffentlich. Ah, er lädt schneller nach, als ich punchen kann. Oh, bitte sei nicht sofort wieder tot. Dann lauf. Ja. 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 Okay, er lädt nach. Ich habe einen down. Ich habe einen down. Okay. Sehr sauber. Ich mache die Tür zu. Ach, die Tür ist gar nicht offen. Sehr schön, Basti. Das haben wir schön hingekriegt. What the fuck? Okay. Schlafkult, Bina. Ich gehe eine... Okay, Stopp weg. Ich gehe gerade nebenan hin. Sehr schön. Den haben wir ja ordentlich gegeben. Schön mit den Fäusten. Was soll denn der Kackhaufen? Basti wird zum Hund. Ja, Mann. Ja, lieber schlecht geschlossen als... You know. Oh, wer kommt denn mit AHA um die Ecke hier? Take on me. Hier dicht in Polizei. Wer ist der Level 2? Oh, wo bist du? Nehmen an. Okay. Ich bin gerade auf der anderen Seite. Aber da sieht es auch schon recht leer aus. Das heißt, ich hole mir gleich die Police West 2. Licht hier. Oh, geil. Ich komme. Ich habe noch nicht keine Muni. Ich glaube, da könnte einer hinter uns kommen. Ich bin aber nicht zu 100% sicher. Ich gehe gucken. Wo war die Police West? Ich habe hier nur mit dem Schwanz wedeln, kann er ja schon. Habt ihr eine Ahnung, was wir können? Wir brauchen immer noch Bandagen oder sowas oder First Aid Kit. Bandage kannst du haben, hier. Oh, geil. Wir sind sogar in der Safe Zone. Ja. Ja, nicht viel, aber immerhin. Ich nehme mir eben an gerade. Ich habe einfach immer nur... Schrotlente hier. Oh Gott sei Dank. Ich finde nur Helm Level 1 bei mir. Ich habe halt gar nichts. Hast du nicht gesagt eine West 2 oder so? Ja, lag hier einen Stockweg tiefer in der Küche irgendwo. Habe ich, aber die ist halt übelst angeschlagen. Ja. Besser als nichts. Jetzt jammer nicht. Ja, ja. Du hast ja recht. Aber du hast nicht. Ich habe nicht mal eine Waffe. Das ist mein Problem. Wow. Es wird geschossen, ne? Wo warst du? Ich bin im Fight hier direkt. Er hat geschossen. Ich habe halt nur ein paar Schuss, ne? Habe ich. Oh, sauber. Dann hat der Equipment vielleicht für mich. Ja. Sag zu, was du willst. Okay. Ja, weil ich kann... Du musst mir dann Deckung geben, ne? Äh, b-b-b. Hat der keinen Rucksack? Doch hat der, Gott sei Dank. Einfach durchgesiebt. Klar, Mann. Ins Gesicht. So, wir sollten vielleicht ins nächste Haus. Ja, ich bin auf dem Weg. Habe ich keinen Energy Drink? Ich habe keinen Energy Drink. Willst du einen haben? Ne, ich habe keinen. Also, ich habe einen Dutch Air. Wenn du willst, können wir abhauen und suchen uns was anderes. Ne, wir nehmen die Häuser. Okay. Den Dutch Air können wir gleich immer noch nehmen. Beste Level 1 hier. Pistolen-Munition hier. Ja. Alter, ich habe einen Muni für die Pistole, als gäbe es keinen Morgen. Auf mich wird geschossen? Ne. Wo, wo, wo? Auf mich wird geschossen, aber ich weiß nicht von wo. Also, hier im Haus war es auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wo. Hier vorne, wo man sich westlich steht, er. Habe ich? Knocked out. Direkt bei mir geht hin. Oh, ich habe keine Waffe mehr. Habe ich. Nice. Heb mich auf, heb mich auf. Sehr gut. Beides, Firehawk. Wenn du schreibst im Chat, kriegst du mehr Punkte, als wenn du nur zuguckst. Ja, genau. Alle fünf Minuten gibt es einen Zusatzpunkt. Genau. Bei Bugler und mir ist das selbe Punktesystem. Sehr nice gespielt. Sehr, sehr nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh Gott, sagen wir es gar. Danke. Ja, dann nimm du die Muni. Hier. Äh. Dann nehme ich die Arcadia hatte. Ja. Äh. Fünfeinhalber liegt da noch. Okay. Sehr gut ausgespielt. Sehr, sehr gut. Ja. Ich muss jetzt halt nur, äh, gehen wir mal rüber, mal Police Station. Moment, ich muss erst verbinden. Ja, ich bin auch nicht so broscht. Hast du irgendwas? Ich nehme Painkillers und jetzt gleich noch Bandagen, ne? Ja, willst du dich erst durchbandagieren? Nein, wir gehen rein, rein, nebenan. Okay. Wir sind safe zone, ich will ins Haus. Da kann ich mich immer noch, in der Police Station will ich hin. Da kommen wir her. Police, oder? Ne. In der Police Station oder was auch immer das hier ist, kann ich mich immer noch bandagieren. Das weiß ich nicht, Firehawk, das musst du ausprobieren. Ob das über einen Pop-Out-Chat auch gerechnet wird. Ist halt sinnvoller, wenn wir beide die großen Häuser nehmen, weil da kann einer links, einer rechts. Ich warte eigentlich auf den First Aid Kit oder sowas, aber, nimm ihn mit, weil ich habe aktuell noch nichts. Ich benutze jetzt gerade Bandagen, um mich hochzureihen, damit die Dinger gerade Effizienz haben. Die, ähm, die Kick, die kleinen Kick-Dinger hier. Okay, ein Stockwerk höher. Aim Level 1. Habe ich. Ja, wie weit? Broken? Nein, alles gut. Äh, Dings, hier, Rucksack Level 2 bei mir. Habe ich. Nichts. Hier, Firascope, komm her. Oh, nice, Firascope, sehr geil. Firascope, Angle, Foregrip, Vertical Foregrip, such dir was aus. Den Vertical Foregrip nimm ich, den Angle nimm, schmeiß ich weg. Ich nehme die SKS. Extended Quickdraw für Pistole, ne. Äh, da. Da war ne SKS? Geil. Hab ich. Ja, äh, ich, ich, ich nehme die Tür rechts, wenn du hochkommst. Ich hab nochmal mal 4er Scope. Mhm. Nämlich für die SK. Dann schmeiß ich das weg und bastel mir ne M416 auf, äh, auf, äh, Automatik um. Also ich brauche jetzt gleich irgendwann mal so ein Attachment für, ähm, 5,5er brauche ich nur noch. Attachment für die M416, da gibt es so für hinten noch eins. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Den, ähm, diese Schulterstütze. Genau. Die brauche ich gleich noch. Police West, der Level 1, fast neu. Äh, nee. Das war so eine 2er gefunden. Ist ja ne Quickdraw, nehm ich, aber. Bandagen. So, was machen wir? Äh, ja, such dir aus. Mir egal. Wir gehen raus. Ja, wir müssen ja ins nächste Haus. Bringt ja nix hier jetzt zu verweilen. Energy Drink? Ja, ich hab' ich noch einen notfalls. Okay. Und wir müssen irgendwo weiter. Da geht's doch nicht raus. Wo kannst du sagen? Das ist hier vorne. Die Tür nur zugemacht. Okay, raus in den nächsten Safe-Bereich. Die kleinen Häuser oder wohin? Ja. Dann drehst du mich noch, bis meine Porterflasche leer ist. Und ich trag' alles noch. So, die ist auf Auto gestellt. Dann gehen wir hier oben grad nochmal checken. Und dann laufen wir außen um die Stadt rum. Ich geh' unten checken. Beste Level 1 neu. Nein, brauch' ich nicht. Ich hab' alles Level 1. Aber ich bräuchte alles in 2 noch. So, aktuell würd' ich sagen 200, äh, 250 ungefähr. Müsst' wir in die nächste Richtung. Da sind kleine Häuser. Da würd' ich hingehen. Die da hinten auf dem Hang. Ja. Äh, ich brauch' nur noch ne Rückenstütze. Und ansonsten nehm' ich ne Extended... Schulterstütze. Ja, also hier die Schulterstütze für... Eißer-Schulterstütze. Für die Automatik. Äh, für die M416. Ansonsten, ähm, 5,5er Muni. Echt, wirklich? Ich brauch' nur 5,5er. Und, äh, ja, alles Equipment 2. Was brauchst du für ne Muni? Verstanden. Äh, 7,5. Okay, nehm' ich mit. Klar kannst du bleiben, Nienchen. Warum nicht? Also, ich versteh' die Differenz. Auf Odin! Seh' ich genauso. 100% Devil. Auf den guten alten Odin. Der sein Auge für die Weisheit gegeben hat. Hit the roll, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. Hit the roll. Ah, Quickdaw. Sauber. Was ist das hier? Ja, es war ein Quickdraw. Das heißt, er hält die auch noch 10 Porter länger aus. Ja, so ungefähr. Ja, exzelle Quickdraw für große Waffen immer bitte mitnehmen. Jep, jep, jep. Die brauch' ich auf jeden Fall. Äh, Red Dot Scent hab' ich. Helm Level 2 hab' ich jetzt auch. Mhm. Buggy, Franz, hab' ich. Bitte? Buggy, safe. Okay. Aber es war Rubberbending, ich hab' nichts verstanden. Ja, die Häuser, die jetzt. Brauchst du? Nein, ich brauch' nur 5,5er. Nichts anderes. Beide Waffen bei mir sind 5,5er. Und meine Pistole hat mehr als genug. War die Licht an? Das ist schlecht. Geh' ein Haus weiter. Nee, wir wissen leider nicht, wie der Befehl für aktuelle Song ist. Ja, da sind wir. Ich glaub' das ist heute nicht wirklich ansprechbar. Doch, Jessi, alles da. Das ist Edkit, sauer. Von der Menge an Chat-Input. Du kannst nicht alles aufnehmen. Boah, da hast du mich verjagt, ey. Molly nehm' ich auf jeden Fall. Äh, die Häuser weiter nördlich, wo willst du hin? Okay. Ist alles zu? Lustigerweise. Gut, hier. Äh, Flash-Halter. Ach, echt? Ja. Ist so. Du kannst halt irgendwann, wenn du ein bestimmtes Chat-Activity hast, kannst du nicht beides gleichzeitig. Aber ich seh' alles. Ich reagier' nur nicht auf alles. Hey, Zojji. Grüße dich. Lange nicht mehr gelesen. Alles gut bei dir? Ich hab' ne Schulterstütze. Jop. Ich brauch' also nur noch Extended Quickdraw Magazine. Wenn du welche finden solltest. Mhm. First Aid-Kids und Co., logischerweise, brauchen wir ja nicht drüber reden. Kompensator, noch einen. Oh, geil. Doppelkompensator und ein Suppressor. Hast du mittlerweile rausgefunden, mal so was? Aber es zeigt, wie der Befehl beim Anport ist, um den Current Song abspielen zu lassen? Wie abspielen zu lassen? Damit der Chat nachfragen kann, was der Current Song ist? Nein. Okay. Da hab' ich ja heute auch mal mitgerätselt. Ich hab' Schüsse gehört, irgendwo, aber ich seh' keinen. Alle ein wenig voll? Ne, so kannst du's nicht nennen. Äh, wollen wir? Wir könnten auch zu Fuß gehen. Wir bräuchten eigentlich kein Auto, ne? Ne. Dann würd' ich jetzt sagen, gehen wir mal so richtig Richtung 240. Ich hab' übrigens, äh, ne, Malfirascope, Ska, mit Schalldämpfer und Kompensator. Beides bei mir hat'n Kompensator. Chat voll, Bastis voll, Waffe voll. Ja, 100% oder? Beide voll. Das läuft doch. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, Leute. Jetzt mal ernsthaft. Wie nennen wir's? Triple voll? Triple voll? Triple kill. M-m-m-m-maximum voll. Ein Crate Drop auf Westen, aber würde ich jetzt nicht gerade nehmen wollen. Nein, voll bin ich auch noch nicht, Essie. Das dauert noch ein bisschen, aber man merkt schon den Alkohol. Wir sind angeheitert. Ja. Wir haben Spaß. Genau. Oh, ist ein Ska? Brauchst du eine Ska? Nein, nein, nein. Brauchst du eine Ska? Hier, unten. Ich lass die 5,5 auf liegen. Aber dann prügeln wir uns um die 5,5er gleich, ne? Ich hab echt wenig 5,5er. Ich hab' ein bisschen 7,5er ist okay, aber die Ska brauch' ich eher wie die Schrotflinte. Hier ist noch eine 7,5er. Ja. Wow, hier geht's grad voll ab. Schüsse auf Westen, Südwesten. Ja, ich will trotzdem erst grad das Haus durchluten. Du guckst, ich scope. Äh, ich seh' von oben nichts, das ist mein Problem. Nee, ich seh' auch noch nichts. Ich will nen Sticker. Ich will auch nen Sticker. Das geht Richtung Crate, ne? Ja. Ich hab' die Crate direkt im Visier. Ich nicht. Hier, wo alles, was hinter uns ist. Auto. Wo? Ach nee, das war das Lied, Entschuldigung. Ich hab' halt 70 Schuss mit meiner, ne? Mehr hab' ich nicht. Wovon? 5,5er. Ja, dann komm. Nein, ist okay. Ich hab' beide Waffen drin. Beide sind geladen. Aber ich brauch' Ich geh' nur in die Nebenhäuser. Ich brauch' dringend 5,5er Muni. Da geht gar nichts drum. Ich hab' halt 1 Medikit und 45 Bandagen. Also, bandagieren dauert bei mir. Nimm' die Häuser halt nebenan. Weil, wir sind Safe Zone. Schon wieder. Oh Gott sei Dank. Das ist ne Gauck. Sieh' man halber. Quickdraumer gezielt für Pistole. Louis Definez. Nein. Oh, doch. Vertical Force Grip Painkillers. Oh nein, ich wurde ge-re-rolled. Nein. I never gonna give you up. I never gonna let you down. What the fuck's done great? Ne, mach' ich heute nicht mehr voll, Jessi. Keine Chance. Force Grip, Force Grip, Force Grip. Hier liegt halt voll das Waffen-Empery. Da vorne steht ein G. 2,40 bei mir. Ich hab' noch mal 4 Scope. Ich nehm's sicherheitshalber mit. Nehm' mal mit. Hab' ich. Schlaf gut, Soji. Mach's gut, Soji. Helm Level 2 bei mir. Hull' ich. Hab' ich. Nichts. Ich finde hier keine 5,5 Harmonie. Ich könnte kotzen. Du bist doch vorgegangen. Sag doch was, dass du rausgehst. Ne, ich steh' hier nur am Baum. Aber ich könnt' wetten, dass hier vorne in dem Haus irgendjemand auf die Crate abaimt. Weil die ist immer noch nicht gebucht worden. Irgendjemand muss doch auf das Scheißding zielen oder Bock haben. Also ich bin jetzt hier am Haus und beobachte jetzt mal auch vom Busch aus die das Haus gegenüber, ne? Haus gegenüber? Ja. Also auf Südwesten. Ja, da ist einer drinne. Definitiv unten. Unten, Südwesten, auf 210. In dem großen roten Haus da hinten ist einer drinne. Hab' ich gesehen. Weiß, welches Haus du meinst. Wir sind in der Safe Zone. Ich würde mich auch aktuell nicht bewegen wollen. Never gonna give you up. Also ich könnte auf ihn schießen. Ich kann einen Schalldämpfer reintun. Nee. Also Schalldämpfer ja, aber nicht schießen. Der Kompensator macht zwar ein bisschen besser, aber ich sehe halt, dass er jetzt hoch erste OG gegangen ist, ne? Du meinst das Haus? Äh, zwei Häuser stehen da. Genau. Und das, was länglich ist, wo die Tür oben Balkon hat. Ja. Da ist er drinne. Der ist grad unten zumindest einer gewesen, der die Treppe hochgegangen ist. Das kann ich nicht abnehmen. Also ich weiß, welches Haus, aber ich sehe es nicht. Ich hab eben die Treppe hochgegangen. Ich sehe ihn grad aktuell auch nicht, aber ich weiß, dass da einer drinne ist. Und es sind noch 39 Leute, ne? Mein Vorteil ist gerade aktuell... Ich komm zu dir. Ich bin im Busch. Mich sieht man scheiße. Egal von wo. Und ich hab ne super Sicht. Understand. Never gonna give you a... Ich sag nur Left 4 Deadline. Äh, zwei Stunden, heißer eine Stunde. Ja. Ich will den Sticker für Triple voll. Oh Gott, ich sehe einen. Ich weiß nicht, ob er mich sieht. Er steht am Fenster. Er steht oben am Fenster, rechts neben der Tür vom Balkon, war er gerade. Der hat da rausgezoomt. Aber er ist auch hart, von hier zu zoomen. Ich hab zwar einen Suppressor drin, ne? Der registriert nie im Leben, wo ich stehe direkt, weil er keinen Schuss hört. Aber... Krieg ich nicht. Ich krieg den von hier nicht abgeaimt. Ich bin im Busch. Ich krieg den gut. Ja, nein. Aber ich krieg den nicht abgeaimt. Egal, wo ich mich hinstell. Ich sag nur, wir haben hier ne gute... Stehst du neben mir? Danke für deinen Follow. Nein. Okay. Wen haben wir denn? Den Devil Priest? Dankeschön. Ich gucke in die andere Richtung, um den Rücken freizuhalten. Also ich weiß, dass da jemand ist. Nehme ich auf hier. Ich nehme auf, Gott sei Dank. Bist du das neben mir? Nein. Ich gehe neben dir, ja. Oh Gott sei Dank, Basti. Mach nicht... Mach nicht nein. Auf jeden Fall einer drinne. Und wir sind halt Ultimate Safe Zone, ne? Und ich werde schwer zu finden sein, weil ich im Busch bin. Das heißt, man sieht mich schlecht und ich bewege mich kaum. Was mache ich nach dem Spielen? Telefonieren willst du wahrscheinlich... Ähm, Tipp übrigens, wenn du gesund bist und dann die, äh, die, die Rundum-Sicht nimmst, äh, bleibst du immer noch im Zoom-Modus, aber kannst ein bisschen nach links und rechts schauen. Das ist ziemlich geil. Kann ich dir nur empfehlen. Weil du bewegst dich nicht und kannst trotzdem dein Umfeld beobachten. Hauptsache hier ist so ne Scheiß-Mauer hinterm Busch. Nee, der Bot läuft ja bei meinem Rechner, Firehawk. Ich weiß, dass du da drin bist. Und wir sind wieder in der Safe Zone, ne? Wir haben eigentlich kein Interesse, uns zu bewegen. Bist du das? Ja. Gut. Ich möchte nicht im selben Busch stehen wie du. Vorsicht, links von uns Schüsse. Mit dir? Ja, ich sehe sie da hinten an dem Auto. Fighten sie. Links am Auto fighten sie? Ich sehe das Auto nicht. Das ist mein Problem. Na, ist alles gut. Die hauen sich da die Schädel ein. Lass sie. Drei Mann waren das. Vier Mann. Wir haben halt der perfekte Pussy. Mit dem Busch im Rücken, ne? Ich sehe halt... Okay. Vor allem, ich weiß, dass da im Haus einer ist. Das ist das Schlimmste. Ich sehe ihn am linken Fenster. Ich könnte schießen. Am rechten. Könnte die Treppe jetzt runtergehen. Auf wen schießt du? Der sieht mich nicht. Das sind zwei Mann. Wo drin? Im Haus? Die laufen jetzt Richtung... Ja, nee, ist alles gut. Die laufen outside. Die laufen ins Haus jetzt rein. Ich könnte denen die Scheiben zerschießen, aber dann wüssten sie, dass sie beschossen werden. Nee, nicht machen. Weil ich einen genau sehe, ne? Der steht am Fenster. Linken Fenster von der Tür. Welches Haus meinst du denn? Wie viel Grad? Geradeaus. 210. Kann ich nicht aimen. Ist zu weit. Ich schon. Also ich sehe ihn, ja. Also er hat sich wegbewebt mittlerweile. Aber trotzdem, ich habe ihn gesehen. Er pendelt da die ganze Zeit hin und her. Oben, oben. Der Stoff weg. Die haben bei, die ich geschossen habe, laufen in das Haus rein. In das, worauf wir schießen jetzt. Mhm. Weil ich sehe nicht einen, mich zu bewegen, wenn ich weiß, dass da Gegner sind und ich mit der Pose im Busch perfekt stehe. Man sieht mich sowas von beschissen und ich habe noch einen Silencer auf der Waffe, ne? Das heißt, selbst wenn ich schieße, hört man mich nicht. Und es sind halt noch 26, ne? Wenn du dich in meine Richtung bewegst, sag bitte was, ne? Das ist echt wichtig für mich. Ich stehe. Okay. Luzon kommt jetzt zu uns. Mhm. Alles Gön. Ach, wusste ich gar nicht. Ist auch niedlich. Hm. Ist halt die Frage, wie wir gleich rangehen, ne? Wir warten erstmal, bis die nächste Zone kommt. Wie viele Smokes hast du? Mhm. Eine. Wir gehen über rechts, über meine Richtung. Aber wir müssen jetzt. Okay. Die duckt gehen. Ja, aber die sehen uns in den Büschen hier nicht. Boah, da sind zwei Jeeps. Ich sehe einen. Oh, boah, boah, boah. Bei, auf 240. Da bei den Häuschen. Bei den klitzekleinen. Ich glaube, der ist gerade dauernd gegangen. Also die scopen auf die kleinen Häuser. Geh tiefer. Geh da noch nicht oben den Berg lang. Alter, elf Teams noch, ne? Geh da ein Auto. Hast du die Smoke gezündet? Ja, ja, alles gut. Verrät uns natürlich, ne? Na, macht nix. Hau rein, Firehawk. No way, Chase. I don't want you to answer this question. I lost my last round after you lost it. Du willst da ins Haus? Ja, müssen wir. Hier ist gelootet worden. Vorsicht. Ich komme mit dir rein oder ins nächste Haus? Ne, wir bleiben hier. Aber hier ist gelootet worden. Okay, bleib du da stehen. Wer nimmt welche Tür? Ich nehme die, wo du jetzt stehst. Okay. Dann nehme ich die hier. Und die Fenster. Ich habe natürlich immer noch keine Mehrfachmagazine, aber okay. Dann nehme ich den Silencer jetzt raus. Ist halt so, es sind jetzt First World Problems, aber... Ja, ich nehme den Silencer raus und gehe auf Kompensator. Ich habe beides auf Auto. Ich habe halt immer nur noch 70, 77 Schuss, ne? Wie viel hast du? Fünfeinhalb? Fünfeinhalb? Oh Gott, wir müssen raus, ne? Fünfeinhalb? Gar nicht. Okay. Ich habe ein Magazin, 30. Ja, du hast gesehen, wo die nächste Safe Zone ist, ne? Ja. Links vor uns. Okay, es kommt von vor uns. Wir gehen hier hinten raus. Knocked out. Da oben im Haus. Welchen Haus? Der muss neben dir sein. Der muss oben sein. Habe ich. Okay. Aber ich bin halt ziemlich gut angeschlagen. Ja, ich bin gut angeschlagen. Ich muss definitiv durchbandagen. Noch kann ich bandagen. 30 Sekunden, weißt du? Red Bull hat er, er hat alles. Was du möchtest. Okay, warte, warte, warte. What the fuck? Ich gehe hoch. Ja, das wäre mir gerade lieber. 22 noch, wir müssen. Fünfeinhalb brauche ich. Ja, ich nehme jetzt einen Energydrink. Ich bin soweit. Was ist der Level 2 hier drin? Oh Gott, da komme ich tatsächlich für. Wo bist du? Dann aber schnell. Hier unten, direkt die Leiche. Die Leiche? Du bist nicht auch... Schnell, 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 schnell. Hier die? Offene Feld, geht nicht. Ich sehe die Weste nicht. Ich habe sie. Gerade vor uns. Ja, ich sehe es. Zwei Mann. An der Hütte. Ich muss bandagen. Ich bin sowas von im Arsch. Ja, kann ich schießen. Ich bin sowas von im Arsch. Ich muss durchbandagen. Ja, ist okay. Ich halte sie. Sind zu zweit gekommen. Kriegst du mich gehoben? Glaub nicht. Okay, bist du noch gut dabei. Keine Panik. Zwei Mann drin in der Hütte. Sauber. Habe ich gerade vier Kills gemacht? Ja, zwei. Oh, mein Herz schlägt. 180, Basti, ne? Sauber gekillt, die beiden Jungs. So, weiter. Zwei Leute hast du nur noch. Schaffst du. Direkt links, links liegt da einer. Direkt links vor dir in der Erde. Ich seh den nicht. Links, gleich links von dir. Dreh dich links. Oh, mein Gott. Wo sind die letzten beiden? An der Hütte. Hütte, Hütte, Hütte. Nein. Ich hab die nicht gesehen. Fuck. Mein Herz schlägt 180. Das ist kein Scherz. Alter, die...